Also, wie bleibt die ehemalige schönste Frau der Welt so, naja, du weißt schon, schön? Ganz einfach, mit speziellen Laserbehandlungen. Jep, Gunne Feltro erzählte Hello Magazine, dass sie eine Laserbehandlung bekommt, die die Haut straffen soll und Falten beseitigt. Sie fügte hinzu, dass es ziemlich schmerzhaft ist, so als würde man ein elektrisch geladenes Gummiband ins Gesicht geschossen bekommen. Klingt nicht gerade schön. Wie heißt es, wer schön sein will, muss leiden? Die 41-jährige Mutter erzählte weiter, dass sie glaubt, dass ihre Beine ihre besten Stücke sind. Und wenn sie etwas verändern könnte, dann würde sie gerne ihre Falten und den durch Sonne entstandenen Schaden loswerden. Glaub uns, Gunne Feltro, du siehst gut aus.